Starker Beruf, starke Vertretung In den letzten Monaten und Jahren ging es bei dem Thema Bildung immer um Organisations- und Strukturfragen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass es, wenn um das Thema Bildung geht, wieder um Pädagogik geht, die direkt bei den Kindern und Jugendlichen im Klassenzimmer ankommt. Als Kandidat für den Nationalrat stehe ich daher für eine humane Leistungsschule, eine wertgerechte Erziehung, um eine gute pädagogische Bandbreite und natürlich um die besten Zukunftschancen für unsere Kinder und Jugendlichen in Österreich. Ich freue mich daher, wenn Sie mich als Pädagoge mit einer Vorzugsstimme unterstützen. Herzlichen Dank! Starker Beruf, starke Vertretung Untertitelung des ZDF für funk, 2017